muss man auch weiter runter ja müssen wir sagen das Boot treibt es halt so die den Wasserfall nach oben ganz langsam ach so ist dann fast da warum hast du denn ja genau kommt mal her oh ja ja wenn man auf die Räder landet schon so stecken wir aus am besten nicht über den Haufen fahren und dann wer läuft da ab und dann am besten nicht mehr gestranden nicht ja ganz langsam jetzt kommt niemand mehr wie das aussieht vier Leute jetzt kommt eh niemand mehr das war's wenn man hinter der Brücke sind dann kommt dann ist das Ende auch auf der Schwäbsche Äuße Baune Simon nein nein Simon nein nein Simon warum warum es war genau so geplant ja leck mich doch am Aus ach komm willst du uns eigentlich verarschen Mann ich hab gesagt langsam ich wollte aber langsam fahren dann kam da diese Fels und meine Fresse ihr seid so inkompetente Spackhose das gibt's doch nicht und jetzt ja wir schaffen es geht mal jemand rein ins Boot und dann schießt sie drauf man kann das runterdrehen ja die Mission wird davor scheinert wir weg sind ganz sicher Verfolgungsdinger nochmal machen wird denn nicht Simon du schuldest uns so jetzt was du schuldest mir jetzt das Mikrofon so genau ob jetzt wahrscheinlich ist jetzt die Einschaltquote nach oben gegangen deswegen ja jetzt sind sie grad drei Zuschauer geworden ja natürlich weil jetzt Simon gestorben ist Alter seid doch alle unkompetent ja ich hab doch gesagt Simon ist so inkompetent ey es sind alle unkompetent es sind alle so scheiße hier ohne Spaß der Simon steht über den einzigen Scheiß steigt weg und breit und dann kriegt das Ding Simon du fährst nicht mehr nein wie schlecht seid ihr eigentlich alle ohne Spaß jetzt haben wir noch wenige Gebäude wir wären jetzt mit 943.000 rausgekommen und dann gehen wir uns weniger ach was war das so lieber was zur Hölle oh man ich fahr jetzt mit dem Motorrad Klaus kein Auto nächstes Motorrad ich nehme ein Motorrad ein Auto ich bin mir jetzt auch scheißegal ich bin mir jetzt auch scheißegal ich bin mir auch gut Elektroauto Sportwagen Sportwagen ich glaube ich gön mir jetzt einen PC-Wagen nämlich hab mir einen Sportwagen geholt den wollte ich dann gönne ich mir das hier die Leute denken sich alle sind bist du dumm oder so oder ne durch die Aktion hat sich die Zuschauerzahl verstoppelt also schon ich glaub nicht das ich glaub nicht dass die Ramirez leichtbehindert ist sondern ich ne ja die Ramirez ist ja schwerbehindert und nicht nur halt leicht wow warum da wird's gar nicht echt nix Sam wenn wir die Mission alleine gemacht hätten dann wären wir schon lange fertig oder inkompetent wenn der Cem und ich die Mission gemacht hätten wären wir schon lange fertig also mit zwei Fremdeten und es könnten selbst die größten Luke sein brauchen Null ihr werdet mit null zuschauen quasi wir haben jetzt vier Zuschauer ja das hat sich verdoppelt das war alles Kalkül Timon pass auf wie viel sie befreit wie die dumme Aussagen du bist auch so ein scheiß Kalkül verdammte Kacke hey die sind dreckste Politischen Alter ach wenigstens komm ich mit meinem Elektro oder hier gut durch ja das denken die mir hoffentlich geht der Saft nicht aus hahaha der war cool aber wahr bestimmt so ich glaube ich werde wir sind da gerade da vorne als erstes nicht also das bedeutet Jeremia achtet Simon bitte nie eine Bank überfallen genau spätestens beim Boot scheiterts ja ey das waren vielleicht noch 500 Meter zu ziehen das waren nicht mehr das waren 100 Meter hinter der Bunde war das Seegängel also das Motorradfahren hier hat mir so viel Spaß gemacht ich habe mir einfach gedacht so ne komm das will ich nochmal ok ja aber eigentlich ist das nicht mehr das schieße das ist ja so ätzend gewesen wie ich habe Bock mehr mein ja das habe ich schon lange nicht mehr und ich warte jetzt auf die GTA die nächste Sekunden war auch nie wieder spielen jääh das Motorradfahren ist doch gar nicht mal schlecht oh nein das hat wenigstens Sinn macht Spaß wunderbar Aber ins Bett, Mädchen. Ich freue mich, wenn ich danach auf Land bin. Dann haben wir uns das verdient. Oh, ich bin falsch abgedrückt. Oh Gott. Upsi. Baut zuerst ab. Was? Ein Auto? Ich dachte, du fährst ein Motorrad. Was ist ein Motorrad? Du fährst das scheiße Auto fahren. Nein, ein Motorrad. Okay, ich glaube, du bist gleich am Arsch. Ich habe vier Bullenwagen hinter mir. Ein Auto selbst klar. Nein. Warum bist du ins Wasser gekommen? Weil die Bullen mich ausgeräumt haben. Ach, kacke. Was? Du hast dich von den Bullen geräumt. Das ist ein Auto. Deswegen nenn ich immer einen Sportwagen. Klaus, wie viel ist vor mir? Nein, ich bin schon fast am ziehen. Mit meinem Elektroauto. Ich bin ganz vorne. Warum? Also wer ich bin? Ich bin Schweiber, ja. Ah, das ist super. Der trifft mich da, weil wir ein bisschen Abstand haben. Ich weiß nicht, wie den Berg runterkommen soll, Jungs. Augen runter? Bist du da oben? Nein, ich komme auch gar nicht da oben. Ich will gerade mal in den Tunnel jetzt. Hey, ich kann aber mit vollem Leben unterstrahlen, was nett ist, oder? Ja. Oh Gott, wie komme ich jetzt den Berg runter? Berg runter? Ja, ich muss jetzt gleich den Berg runter. Ich muss hier hoch und dann hier runter. Ja, wie ich da ein paar runterfahren würde. Ja, aber das Problem ist, das Auto schon zerdellt und zerratzt. Das glaubt. Schau dir halt doch kurz davor. Da steht man meistens noch im Schieb rum. Wie ein Poler, da macht man das auch so. Aber bitte auf der Straße bleiben und nicht runterfallen, ja. Danke. Ups. Das mit dem runterfallen, das hat sich jetzt gerade angegessen. Mann, das hat sich jetzt gerade gegessen. Jetzt kann man da runterfallen. Ich auch gar nicht. Das Gute ist, ich habe Elektroautos, da kann nicht fallen, wie ich will. Ich explodiere nicht. Ja, blöd. Ich hole den Berg gerade schön runter. Ja, weil du musst ja obererst an das blöde Ziel. Was ja ziemlich dämlich eigentlich ist. Von Rockstar Games. Von Rockstar Games sind ja hoch und zählen. Alter, ich bin nie wieder eine heiße Alter. Hey, wer ist denn vor mir? Wahrscheinlich nicht, oder? Ach ja! Der ist in einem drecksversüften Boot. Wer ist? Noch nicht. Hier an mir. Ja, du bist... So, jetzt müssen alle auf mich warten. Geil. Ja, ich bezweifle fast, dass du es in der Zeit noch schlacht. Nein, Simon, du fährst kein Boot. Simon, du fährst kein Boot. Boah! Ich habe jetzt Erfahrung im Boot fahren. Du fährst kein Boot mehr. Wir wissen jetzt, also ich kann nicht fliegen. Simon kann kein Boot fahren. Raus da. Und was kann ich... Könnt ihr noch? Ey, ich versuche gerade gegen den Stromraum zu schwimmen. Etwas dezent. Ich weiß nicht, jetzt nicht. Entgegen komme ich. Hey, die hat BMX hier noch einen BMX hier runtergefahren, aber das geht auch nicht. Jeb, ich glaube, du bist noch ein bisschen weh, der entführt, oder? Nein, ich bin nicht bei der einen Brücke. Ach, ich bin nicht bei der Riesenbrücke. Ach, ich bin nicht bei der Riesenbrücke. Jetzt bin ich bei der Klippe. Du weißt, wie ich runtergekommen bin. Du weißt, wie ich runtergekommen bin. Du weißt, wie ich runtergekommen bin. Ja, hinterher rum. Weil, dreiviertel Minuten hast du noch. Fuck, fuck, fuck. Oh, oh nein, nein. So lange es nicht in die Luft geht. Eine Kopflandung war das gerade. Nein! James, was machst du? Da muss ich mir mein Autoclay angucken, also das sieht aus wie dein. Was? Also, meins geht ja noch, theoretisch. Ah, meins geht auch noch. Man muss nur ein bisschen ausbeuten, dann kann man es mal fahren. Käsekrafter TCG schreibt gerade, guten Tag. Ja, gute Nacht, ja. Schönen Sonntag, ja. Klaus, ich bin an der Stelle da, wo du aufm Kopf warst und da bin jetzt aufm Kopf. Kommt nicht mehr voran. Steig aus, komm, Sprint. Ne, das schafft er nicht, auch mit Sprinten nicht. Ach, scheiße. Ja, neben Odo schafft er das auch. Hey, wir haben schon so Kohleprodukt. Ach, scheiße. Wir müssen jetzt dafür beten, dass... Wir müssen dafür beten, dass Cem hierher kommt. Sag ich mal, einfach radikal runterfahren. Scheiß drauf, wie es war. Ja, einfach. Aber was haben wir noch zu verdienen? Ähm, Leben. Okay, ich mach einfach, ich mach einfach. Oh, da ist Kampscher. Nein, geil. Nein, geil. Das überlebt. Oh, du bist nicht mehr weit entfernt, Cem. Was für eine Landung, Alter. Cem, du hast nur über eine Minute jetzt. Kann ich schüllen. Yeah, klar. Perfekt. Sehr gut. Alter, stell ich schnell aus, wie gut er sollst. Alter, jammer. Ich hab echt gefuckt mehr. Ich kann nicht mehr. Die Mission bringt mir unter Rettung des Wahnsens. Und jetzt, Klaus, gell? Es geht nicht mehr. Natürlich, ja. Das war ich gemütlich. Ich bin ja nicht Simon. Wir haben endlos Zeit hier. Das Motorradrennen, das müssen wir noch mal machen. Laut zu Simon. Kein Scherzluftjager. Weißt du, wie konnte der Simon hier daneben schanzen? Wie geht das? Hat mir halt Spaß gemacht. Ja. Das kann nur eine Person mit niedrigem IQ schaffen. Ja, ja. Das ist eben so niedrig. Für mich, das war ja das Gegenbeispiel. Das ist auch immer mit Homi. Ja, ja. Das witzige ist dann. Am Montag werden wir mal. Simon, wie funktioniert das? Ja. Wir haben es endlich geschafft. Nach wie viel Stunden? Zwei. Drei. Was streicht? Simon ist daran schuldig. Simon. Am Ende dieser Folge kann ich sagen. Du schuldest mir ein Mikrofon. Dankeschön. Nein. Das hatten der Typ einige Probleme. Ja, das ist Julius. Ja. Nur ein Freund. Wir haben es geschafft. Nur ein Flug. 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 Und ohne Brille hat sie Remus, gell, Remus. Ist das wie wir immer alle überhaupt nichts sagen? Ja, ja, halt's wohl Esther. Wir haben uns das Geld und was uns hinterherum. Das ist Jeremias, Alter. Boah. Der Sport spielt ja nun keine Laufe, Alter. Das ist sexy, Boy. Jetzt überweist uns endlich das Geld. Beste, Alter. Ich habe mal, was ich richtig scheiße finde an dem Spiel, dass die Charaktere da so viel Kackladen und man ewig warten muss, bis die an das Geld überweichen. Wahrscheinlich, dass der Letzte auch noch austreten kann aus der Mission. Oh, die Mission gescheitert. Das sind doch schöne Geschichten, was er erzählt. Ich bin ein stark medikatorer Mann. Ich bin überhaupt nicht gut. Ich bin ein bisschen verabschiedet. Hey, sind wir hier? Und hier? Und hier? Und hier? Hier, okay. Du solltest dich wegziehen. Und, äh, take care. Okay. Simon sollte eigentlich nichts bekommen. Bye-bye. Eigentlich sollte ich alles bekommen. Ich bin der einzige, der etwas geleistet hat. Eigentlich hätte ich dafür stimmen sollen, dass Jeremias, äh, der größere Anteil bekommt. Weil er hat keinen Schwenk. Ich kriege ja, ich kriege ja nur Bronze. Und der kriegt ja auch nur Gold. Ich soll Platin, soll es richtig. Ist ja bloß Zufall, ne? Weil... Ich hab immerhin 100 Sekunden. Abgescheitert. Aber nicht schnell neu starten. Neu starten! Neu starten! Ich hab kein Problem. Geht ja, tut mir leid. So, mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Wow. Das ist die größte Heist jetzt gewesen, oder? Ja. So gut. Gibt's ja nicht irgendwann nochmal neue Heist, oder? Wahrscheinlich nicht mehr. Nein, das glaub ich ja nicht. Wies ja früher mal, dass man auch selber mal welche erstellen könnte, oder so. Aber... Ja, ist gut, aber das glaub ich aber selbst nicht. Da wurden Leute einfach ganz einfache Heist erstellt. Und jetzt, Simon? GTA hatte halt das Problem, wenn sie zu billig das Geld hergäbe, dass dann wirklich ihre Kammer auf Sonderaktionen gar nicht gekauft werden. Echt? Ja, das hast du noch verdient. Ah ja! Erstmal die zwei Leute shenten, die uns aufgeregt haben. Ja. Ich hab mir die Rohrzeuge verprügelt. So, jetzt gebt ihr uns das Geld zurück und verpisset euch. Was ist noch mal Eskaliert hier? Hä? Nein Ah, der Jeremias verlässt uns jetzt sowieso. So, dann würde ich sagen, damit kommen wir dann am Ende von dem... Das ist, hat er noch ein versöhnliches Ende gefunden, in dem ich Simon wo schalten durfte. Ich bekomme 2.000 Dollar für anhaltend gute Führung, ja. Ja, immerhin. 2.000 Euro kriegt man dafür. Templer Hotel, aha, war gut. So. Ja, ich verlasse es. Dreck spiel. Tschüss. 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 Gottverdammte Scheiße, war das... Er legt mich doch am Zügerli alle hingebocken. Er legt mich doch nicht so. Er legt mich doch nicht so. Er hat mich doch gar nicht. Untertitelung des ZDF, 2020